In der kommenden Staffel von Germany's Next Topmodel wird es für die Fans doppelt so interessant sein, da erstmals auch Männer um den begehrten Titel kämpfen. Niklas Jandusch wurde von Heidi Klum höchstpersönlich während eines Fluges zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz zum ersten männlichen Kandidaten der 19. Staffel ernannt. Das außergewöhnliche Ereignis wurde von der 50-jährigen Moderatorin auf Instagram geteilt. Niklas schien Heidi direkt aufgefallen zu sein und er bestätigte seine Teilnahme mit einem begeisterten Ja. In einem Interview erzählte der 29-Jährige, dass Heidi Klum während des Fluges nach ihm gefragt hatte und ihn schließlich bat, an ihrem Platzpratz zu nehmen. Dort eröffnete sie ihm, dass sie ihn gerne für die Show casten würde.